so eine pinguin welt oder so schlitter party insel ach diese dinger da kann ich die am fluss die ist bei joshis island bei club in der ersten burg als pass mal gucken die kann man ja nicht essen hier die kann man doch nicht essen und euch kann ich ja ruhig ins wasser werfen euch schadet es ja nicht und die können ja noch schauen warum das denn die sehen doch ganz friedlich aus das sind weiter wird sind das sondern zu feiern bloß dass du das treffen kannst das war jetzt glück dass ich das überhaupt erwischt habe jetzt kann man das ach ne gut ich hab schon hier oben drauf von den da links nicht dass da irgendwas unter diesen unter diesen eiszöpfen ist könnte ja durchaus sein dass da irgendwas drunter ist aber halt das sah jetzt so komisch aus äh äh hey mein freund kannst du mir die 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 rufe mal angeln wie mache ich das jetzt angelt sie mich nicht mal dankeschön danke kumpel danke kumpel wie sie schleudern kannst du dir die rufe wie sie schleudern kannst du dir die rufe und die ist auch sweet die Welt wie kommst du denn da hin ach du musst hier so ein bisschen senken und dann hier runter so nur raus achso hier muss das wohl auch und die Welt ist auch sweet aber das hab ich natürlich über die ganze Zeit nicht auf dem Hintergrund geachtet das ist nur noch die schönen Vordergrund ach die meine ich ja die Bälle hier die gibt es bei kann man die überhaupt besuchen die gibt es bei Yoshi's Island ich glaube das ist der erste Boss da muss ich doch hier rin kann man den rollen den muss ich bestimmt da rein machen in den Ring oder ach du scheiße äh achso ein Beach bei das ist auch cool ah da hinten ist was hab ich alles war da nicht einer wir gehen uns eben verpassen schnell ich bräuchte mal ein paar äh na so geht's auch so geht es auch da war jetzt hoffentlich nichts mehr weiter da war jetzt hoffentlich nichts mehr weiter na dann gibt's ja alles so runter pfff hier brauche ich das Ding 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 hier ist nichts weiter oh ne nicht schon wieder oh naja erinnert mich doch nicht erwischt da hinten oder? Trotzdem habe ich es bekommen. Fall mal runter. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ah ja. Das sind die Seelen, ja. Ach klar, guck mal, das ist eine... Seht das? Das soll eine Seerubbe sein. Da unten die Zähne. Was, die Oralise gestaltet? Das ist schon echt krass. Hier ist nichts. Ah, doch, ist was. Das mag ich Seelen. 14 von 20 erst, ey. Ach so. Halt. Warte mal. Das ist nichts. Weil es nur eine kleine Lücke ist, dachte ich jetzt. Na super. Was mache ich denn jetzt noch? Nee, die muss ich nochmal zurück. Komm ich überhaupt nochmal zurück? Kann ich irgendwo was sammeln dann? Ich kann das jetzt nicht machen ohne irgendwelche... ...ohne irgendwelche Iris. Die funktioniert doch nicht. Ja, genau. Man weiß, was da kommt. So, jetzt kann ich da hin. Das sind mit Sicherheit... Meistens testest du sowas mit solchen Münzen, die ich einsammeln muss. Alter. Aber die können ja auch nicht schaden. Die bouncen ja halt nur weg. Ich glaube, die tun jetzt hier ihn stören, oder? Die muss ich, glaube ich, ja wegschmeißen. Das ist ein Ding so brutal, aber... Entfernen. Ja, das war einfach. Und wir haben alle Blumen. Aber natürlich nicht alle... Aber Red Coins und Delfine sind auch noch am Start. Die wird wirklich... ...am süßesten mit der... ...und wenn es da oben noch drei Red Coins sind, bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden. Komm, bitte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Boah, ja klar. Ich habe dir irgendwo drei verpasst, aber. Hüpp. Passiert mir halt immer, immer wieder. Auch Schnuffelchen suchen hier wird... ...wird... ...glaublich nicht schwer sein. Und wie immer fehlen die Red Coins. So, Schnuffelchen sind an der Reihe. Und dann kommt schon wieder der Boss. Oh, ich guck mal schnell wie... ...wie teuer, äh... ...die Kapseln sind. Oh, es gibt wieder gratis. Aber erst mal richtig Schnuffelchen. Drei Minute dreißig wieder. Wenn du großartig verpassen kannst du ja hier eigentlich nicht. Wenn du irgendwo herunterschlitterst, kannst du hier auch... ...kannst du hier wieder hoch. Schlimmer wäre es, wenn du nicht wieder hochrutschen könntest. So, los geht's. So, wo ist er, Alter? Da oben können sie sind. Ah! Du Schnuffelst zu sein oder denn? Ich denke hier noch drüber. Doch, da hinten steckt er noch dran. Kleiner Vorstückspiel, ja? Ah, jetzt muss ich am Ball. Und was, 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 was? Sollen wir nicht so viel Zeit lassen? Alter, schieb, schieb, lass mich in die Ruhe. Mann! So. Die stellen doch nur Unsinn an, ey. So, zeitmäßig schaffen wir das, glaube ich. Also dort, die jetzt nicht zu extrem versteckt ist. Warte mal, ist hier drinnen, ne? Hey, wo muss ich denn hier sind? Ach so, oh, der sieht mich ja kaum. Ich hab mir jetzt ein bisschen Zeit gekostet oben. Wo hängst du denn über meine Drahten, Alter? Ey, ich frag mich, wie du da hochkommst. So schnell! Beeilung! Los, Yoshi! Wupp! Peinlich! Puh! Na ja, noch drei Sekunden Zeit. Da ist was hier, glaube ich. Und! Ja! So, los! Next Boss hier! Puh! Puh! Ne, vorher kaufen wir uns, kaufen wir mal den Automat leer. Ja, also wenn's, wenn die Kohle reicht. Wenn's jetzt nicht grad 2000 kostet. Einmal kostenlos. Na, reicht trotzdem nicht. 1,2 holen. Oh, da sind ja immer noch neune. Das wären ja 1800, den nehmen wir trotzdem nicht. Ein Octopus. Wenn nämlich alle auf einmal holen, aber das reicht nicht. Na? Toll, die Bomben sind da. Na, vielleicht können wir beim Boss ein paar Münzen. Den können wir dann vielleicht noch leerrollen. So. Ein Iglu! Oh, oh! 20 brauche ich schon. Junge, Junge, du bist aber... Junge, Junge, du brauchst sehr schön viel. Mal vorleiten. Dig ist Wenden, freut mich. Die sind alle so dicke. Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hier hergefunden? Oh, ich war bei deinen Brüdern und die haben mich hergeschickt. Ah, genau. Ich habe ein junges Wesen auf dem Meer gesehen. Es schien etwas zu suchen. Es hat so auf dem Ball gewackelt, dass die Pinguine sich kaputt gelacht haben. Wetten, das geht auch besser? Aha. Ach, der! 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 und den dranschießen. Oh, jetzt wäre er, falls reingekommen ist. Ah, ich muss den... Ah. Und jetzt wahrscheinlich den hier. Genau. Kannst du euch böse werden? Äh, jetzt mal. Huh, huh. Autsch, scheiße. Wahrscheinlich hier. Warum soll ich den jetzt machen? Los, los geht's. Und bumm. Oh, jetzt. Das ist ja auch nicht so einfach auszweichen. Seht ihr? Ah. Oh, Yoshi. Uh, jetzt schreck. Komm, werf deine Pingus. Boom. Boom. Das geht ne Badehose mal an, oh. Ach so. Schafft. Ja, die Böse sind besser. Easy. Das du mit diesen Bänder, die du dazu geworfen kriegst, aber sonst... Ja, der schwimmte Badehose. Und klar, hat denn seine Badehose den Traumjuwet habt. Der gelbe Traumjuwet. Und wir haben den nächsten gelben Traumju-ju-ju-ju-ju-weh. Wow. Traumjuwet Nummer 3. Yahoo. Bitteschön, Bro. Jetzt kannst du aber ein bisschen freundlicher schauen. Ja, geht doch. So, schafft man vielleicht noch einen Böse mal gucken. Wir müssen jetzt zur Mitte und dann kommt ja der nächste Traumju-ju-ju. So. Einfach wunderbar. Den Pogo-Pinguin auf ihn zu werfen und ihn so ins Wasser zu stürzen. Toll. Ich hoffe, die Reise zu einem Traumju-ju-ju-ju ist schon Erfolg gegrünt. So. Haben wir noch Münzen gesammelt? Ja. Müsste reichen. 1800 haben wir gebraucht. Ja. So. Gucken wir mal. Wal. Ein Pinguin. Bötchen. Palme. Tropendeckel. Was ist das Ultra-Seite noch? Aber klar. Stranz-Xilebo. Poly-Styro-Schachtel. Stern-Forn. Und? Ein Spaß-Piratenschiff. Auch für diesen Part walte ich das Outfit erstmal. Im nächsten Part muss ich glaube ich den dunkelblauen Yoshi noch nehmen. Das ist der erste, den ich glaube ich noch nicht genommen habe. Super-Seite. Sony. Sahaja.